Herzlich Willkommen zum 85. Daily Blog Heute werden wir mal mein Traumhaus bauen Ja ähm zuerst werden wir mal grob den Grundris auslegen Dazu nehmen wir mal Magenta So ähm Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll Das wird einmal die Front Ich würde sagen hier machen wir die Garage Ähm mal 1, 2, 3, 4 ein Garagentor 1, 2, 3, 4 ein Garagentor Okay das wäre dann einmal die Garage Dann machen wir hier eine Doppeltür Und hier so eine kleine Einkerbung vielleicht Hier auch eine kleine Einkerbung So das wird dann das neue Youtube Studio Vielleicht sollten wir hier das aber doch etwas anders gestalten Vielleicht so hier eine Dürr hier eine Dürr hier eine Dürr Und dann machen wir vielleicht Direkt hier nebenan Den Podcast Raum Okay dann hätten wir hier den Podcast Raum Hier können wir natürlich auch eine Tür machen Und dann machen wir vielleicht hier noch eine Okay Was brauchen wir noch Das wird dann so die Chill Area Ich würde sagen hier kann man dann direkt in den Garten Und hier kann vielleicht noch irgendetwas anderes hin Keine Ahnung Zum Scheiße bauen So Dann hier so Küche Einmal ein Arbeitstimmer und einmal ein Gaming Raum Ein Minecraft ist die so schwierig die Größen zu berechnen Vielleicht sollten wir das doch noch größer machen Sehr schön Das wäre mal der untere Stock Dann Dann kommt der zweite Stock Ich würde sagen am besten ist wenn wir hier anfangen So ein Stockwerk soll 3 Blöcke Also 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Und falls sich jemand fragt ob es die Burg auch noch gibt Ja die gibt es auch noch Müssen wir mal schauen wann wir dort weiter bauen Okay Das schaut schon ziemlich gut aus So dann würde ich sagen machen wir noch einen Balkon mit grüner Wolle Ja das schaut schon sehr gut aus Okay jedenfalls ist das jetzt einmal der zweite Stock Jetzt werden wir hier einmal die Räume einteilen Auf jeden Fall würde ich sagen hier das Hauptschlafzimmer Das schaut schon sehr gut hier aus Dann würde ich sagen machen wir hier auf jeden Fall mal einen Gang Das ist ja theoretisch Ich bin so dumm Das ist ja schon die dritte Etage die ich jetzt gerade mache Ähm Ich hätte eigentlich 1, 2, 3 Hier schon machen sollen Ähm Sehr gut Peter Egal da machen wir halt Drei Stöckig Und Orange ist dann Das Dach Okay das wäre dann der grobe Grundriss Meines Hauses Meines Traumhauses Also hier haben wir Gaming oder Generalarbeitsraum Hier vielleicht Gaming Raum hier Küche und Essbereich Oder Essbereich machen vielleicht noch hier dazu Ähm dann Eingangshalle Garage Neues YouTube Studio Podcast Raum Und hier oben dann die Schlafzimmer Ja Man kann sie vertreiben Vielleicht klappt es ja mit YouTube Dann schauen wir weiter Ja Okay Sehr symmetrisch wieder mal Danke Dafür Peter Damit verabschiede ich mich von diesen heute leider kurzen Daily Vlog Schätze ich mal Weil heute ist sich leider nichts anderes ausgegangen Weil ich das Video für gestern geschnitten habe Drei oder vier Stunden Videomaterial Jo Ähm Abonnieren und Like nicht vergessen Und die Glocke aktivieren Was macht das Pferd im Hintergrund Jedenfalls was ich sagen wollte Abonnieren und Like nicht vergessen Und die Glocke aktivieren Und Ciao